Du darfst ihn noch reparieren, äh hier, regenerieren. Okay, sehr, sehr gut. Dann springen wir mal, was haben wir hier? Unvisited possible ship, oh Mann ey. Ah, muss ich rein. Oh Mann. Keine Waffen. Ah, die haben auch Probleme, hoffe ich. Sonst wäre das ein bisschen gemein. Ähm. Komm schon, hau rein, mach sie kaputt. Gut. Schilde ist weg. Waffen sind weg, das ist schon gut. 92 Punkte. Oh, er ist schon sehr gut gelevelt. Das ist gut. Durch die Schilde. Peng. Das ist immer nervig, wenn hier uns Energie fehlt und so weiter. Ähm. Augment Drone Recovery Arm. 31 Scrap, nee. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. 49, okay. Oh Mann ey, wie kann ich mich denn so da vertan haben, ey. Gibt's ja nicht. Und jede Menge mehr Strom brauchen wir. Ähm. Hierhin vielleicht. Okay. Ach du heiliger Bim Bam. Okay. Okay. Drei Schilde. Ja. Nehmen wir. Ist gebombt. Leider war unser Flagg geschützt nicht da. So. Komm. Feuer. Reparaturhilfe. Dahin. Okay. Okay. Antrieb ist komplett down. Da können wir so rein. Wir brennen. Okay. Feuer. Feuer. Ne. Ich gehe jetzt alle dahin. Nein. Du gehst dahin. Okay. Und dann machen wir es eben auf die nicht so elegante Lösung. Wir machen einfach Luft raus. So. Zack. Dann muss das gleich da ordentlich repariert werden mit mehreren Leuten. So. Das muss da geschlossen werden. Hier. Hier. Geschlossen. Da. Da. Geschlossen. Du musst dich. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil wir keine Energie mehr haben. Also kein Sauerstoff da. Es geht auf deren Regeneration. Aber ich glaube, das macht nichts mehr. Ist jetzt alles wieder gut. Dann könnt ihr euch gleich nochmal hier wieder regenerieren. Meine Güte ey. Was ein Krampf das gerade gewesen ist. Aber gut. Einmal regenerieren. Und dann auf alle Stationen wieder zurückgehen. Also wir verbessern irgendwas am Schiff. Wir brauchen ein bisschen Strom. Hm. Brauchen aber auch. Das ist auch wichtig. Äh. Einen Piloten erstmal. Erstmal Reparatur. Hm. Kann natürlich schlecht ausgehen. So. Wir hauen einmal da was rein. Wir hauen da was rein. Dann machen mein Control. Auf die Waffen. Damit will ich noch mehr Schaden kriegen. Sehr schön. Treffer. Treffer. Genau. Schießt euch gegenseitig an. Macht euch kaputt. Super. Präsident. Äh. Nein. Bumm. Kaputt. Sehr schön. Die konnten uns nichts entgegensetzen. Schiff. Jetzt können wir definitiv was mit Energie machen. Äh. So erstmal ein. Ob wir den da raufpacken können. So. Wir springen in den nächsten Sektor. Nächsten Gebiet. Hier hin. 13 nur noch. Okay. Okay. Gleiches Spiel wie eben. Und dazu mein Control. Auf die Waffen. Komisch dass er gleich auf die Dingsstation geht. Komisch. Ist natürlich doof. Weil da wäre der regeneriert. Oder der andere zumindest. Äh. Nein. Wir wollen dass ihr kaputt seid. So. Hier hat man ab. Äh. Sauerstoff. Da haben wir ein Eindringling. Da musst du leider kaputt sein. Gut gemacht werden. Boom. So. Da kriegen wir 32. Okay. Wir müssen uns so dringend reparieren. Das ist so dringend. Wir müssen uns so dringend reparieren. Gleichzeitig noch reparieren. So ein bisschen. Okay. Du kannst dahin. Du kannst wieder auf deine Position. Weixing. Weixing muss sich ein bisschen reparieren. Oder heilen. Regenerieren. So. Na gut. 50 und 75. Ne. Das ist zu viel. Das ist ein bisschen zu viel. So. Auf die Position. Und wir springen. Zum Ausgang. Also hier haben wir richtig viel geblutet. Das war ein bisschen doof. You have jumped into an aftermath of what seems to have been a brutal exchange between several ships. Also da gibt es jede Menge Wracks und so weiter. Investigate the battlefield. As you approach the wrack, a slug ship makes it a rival. Okay. Äh. Elivet. Die springen weg ohne ein Wort. Wir scannen. Äh. Aber es gibt keine anderen Gegner wohl. Rebell oder Piraten. Nehmen wir mal Piraten. Oh Mann. So. Springen wir. Distress. Okay. Gleich am Anfang mal ein bisschen hier Stress machen. Äh. I try to shield who is yours. One damage to the hull. Okay. Hauptsache es geht jetzt da raus oder aus. Geh aus. Feuer geh aus. Feuer geh aus. Sehr gut. So. Das ist sehr gut. Aber schon fast zu viel, ne? Hm. Okay. Accept. Können wir das mal so machen. Zack. Burst Laser. Wir werden damit an. Und dann hier in den kleinen Nebel rein. Oh Mann. Intruders on board. Geh bitte auf die Krankenstation. Die Frage, wo sind sie? Da sind sie. Einer. Zwei. Okay. Geh jetzt bitte nach da. So. Lassen wir sie einfach ein bisschen ersticken. Geh du schnell raus. Tschüss. Regenerier dich. Warten wir einfach ab. Das ergibt sich gleich alles von ganz alleine. Ich glaube, wir haben keinen Intruder mehr an Bord. Damit können diese Sachen hier geschlossen werden wieder. So. Zack. Wir lassen uns kurz warten. Du gehst da hin. Halt dich ein bisschen. Die Tür auch da zu. Und. Alle wieder zurück. Energie sieht nicht so gut aus. Weil der Sauerstoff noch nicht so nachkommt. Schnell da hin. Martin. Du auch. Und Heng. Du auch. Kaum schon. So schnell ist der Sauerstoff dann doch nicht scheinbar. 16. 15. Habe ich irgendwas noch offen? 14. Nein. Ach du Scheiße. Ah. Ich habe vergessen, dass wir den Sauerstoff ja keinen Strom hatten. Oh Mann. Okay. Wir werden fast alle erstickt. Okay. Aber das ändert sich jetzt. Alles gut. Reparatur. Schnell reparieren. Das ist ja nur hier so ein kleines bisschen an dem Antrieb. Ja. Und schon wieder kein Strom. Wieso geht denn der Strom ständig weg? Das ist ja echt ätzend. Wieso geht denn unser Strom ständig aus? Mann, 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 Mann. So, jetzt sind wir hier. Okay. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Hector, du gehst da hin. Strom muss anbleiben. Das kann doch nicht sein, dass im Verstand nicht der Strom weg geht. Für unsere... Für unser Überleben. Okay. Einfach schnell weg. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Gut. Hier ist sonst nichts, wie es aussieht. Wir sehen einfach nur nichts. Okay. Gegner. Keine. Dahin. Und geguckt. Und... Burst Laser. So, mach ich mal. Das ist gut. Das ist gut. Mein Control vielleicht auch noch hier. Macht das auch noch kaputt. Uh. Da sind wir nochmal dran vorbeigeschlittert. Waffen müssen alle weg. Äh. Fünf. Antrieb. Nee. Zack. Ah. Und noch das. Da treffen sie uns mit dem letzten Schuss. Das ist nervig. 50 Scrap. Das ist gut. Schnell. Alle heil machen. Feuer löschen. Reparieren. Also wir haben echt ein bisschen Pech, was das, äh... Was die Antriebe und so angeht. Also, Antriebe sag ich schon, was mit den Treffern und so angeht. Wir bräuchten am besten jetzt mal hier so ein gutes, ähm... So einen guten Laden, wo wir uns reparieren können. Okay. Alle auf ihre Plätze. So, hier haben wir noch nix. Ein Store wäre irgendwie gut. Warum denn hier kein Store? Äh... Nein. Okay. Auf die Schilde. Auf die Waffen. Und eine da dahin. Dann noch mein Control. Auf dich. Sehr schön. Schade. Ich hätte vielleicht auch die Waffen machen sollen. Oh, da hat einer gelevelt gerade, glaube ich. Oh ja. Waffen. Sehr gut. 24. Nö. Tschüss. 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 So. Immer noch kein Laden. Oh Mann, ist das ätzend. Das ist schlecht. Da in die Richtung. Wir brauchen einfach irgendwas, was uns repariert. Intruder ist an Bord. Ah, da. Und die sind da draußen. Oh, schnell. Okay, dann kommt er nicht so schnell rein. Und da die zwei noch. Oh, shit. Da geht die Luft raus. Weg mit euch. Okay. Alles gut. Alle auf die Position. Beziehungsweise du und Remo. Ihr müsst euch nochmal ein bisschen hier reparieren. Beziehungsweise erholen. Guck mal, wenn. Jump. Oh ja. Store. Juhu. Na endlich. 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 Und wir hätten hier noch einen. Faster Charge with Weapon. Brauchen wir nicht unbedingt. Aber der hat halt Energie für uns. Jetzt kann ich irgendwas verkaufen. Preigniter. Erstmal alles reparieren. Dann haben wir noch 178. Dann kaufen wir uns ihn hier. Weil er gut ist. 118 haben wir dann noch. So, zack. Zack.